Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 13.08.2024 und im DAX wird deutlich spannender jetzt zum Dienstag als auch jetzt die kommenden Tage, denn unser DAX hat das erste Pullback-Niveau angelaufen, die 8,30, 8,50. Wir hatten uns da jetzt die letzten Tage immer mal wieder drüber unterhalten, dass er das wahrscheinlich dann auch machen wird, in die Pullback-Niveau reinläuft, 8,30, 8,50 war die erste Station, 29,50 sollte dann die zweite sein und das dritte Backup letztendlich bei hier dann 18.020 rum und er hat nun den ersten angelaufen. Wichtig war eben gestern der Tonfall auch dahingehend, dass auf Tagesebene das eben auch wichtig wird, wenn wir da jetzt bei roter Tageskarte wegdrehen, weil das schon, ne, das ist halt dieser klassische Ablauf, ne, der Markt bildet den Muster aus, der Markt bestätigt den Ausbruch oder macht den Ausbruch und bestätigt dann eben per Pullback nochmal durch dieses Abstoßen an dieser Musterkante, dass er auch wirklich eben draußen bleiben soll. Im regulären Ablauf folgt sowas bei einem Bullish-Muster natürlich eher auf der Oberseite, das ist ja ein bullisches Muster gewesen, ja, wurde aber, wie sag mal, regelmäßig nach unten verlassen, bestätigt er das jetzt aber mit dem Pullback und es stützt sich hier wieder weg, gönne das dann eben auch tatsächlich hier den Trettwechsel einleiten und aus dem Übergeordneten-Aufwärts-Rennen in ein Abwärts-Rennen eintauchen, der dann eben auch deutlich tiefere Ziele noch nach sich ziehen kann. Und deswegen ist es ultra wichtig, wie er hier umgeht, denn ich sag mal, Untergeordnet hat mir das gar nicht gefallen. Untergeordnet ist der sehr, sehr, sehr ruhig gewesen, also war auch hier auf zur Stunde eben natürlich, nicht an der zweiten Bastion, hier sind wir ja eher auf die zweite Bastion gegangen, nicht so auf die erste, aber ultraflach zur Seite gelaufen. Ja, sehr korrektiv auch im Bewegungsverhalten, zu diesen klassischen 1, 2, 3 Wellen in die Abwärtskorrektur, hinten raus in Dreieck gestellt, ah, das ist, hm, das ist, ich finde, das ist keine schöne Ausgangslage, um sich da nach unten raus jetzt ins Knie schießen zu wollen, ja, das würde ich schon eher sogar nochmal das Fenster offen lassen, oben raus ein bisschen, ja, vielleicht doch noch die 9,20 abzuholen, aber wir grenzen das einfach ganz klar ab, ja, wir sagen, okay, im Stundenschart passt das nicht so richtig, also, was bräuchten wir im Stundenschart, um jetzt einen Long für uns ableiten zu können? Wir bräuchten den DAX dann wieder über diesen Kerzen drüber, ja, also so eine 7,50 wieder drüber, 7,60, das wäre natürlich optimal, kommt er über 7,60 wieder drüber, hat er dann eben auch den Fokus, hier weitere Geruchs reinzustellen und das dürfte dann schon durchaus Richtung 8,80,9,20 gehen, ja, das ist dann die zweite Passion, ja, 8,80,9,20 wäre dann die nächste, geht er zum Dienstag über die 7,60 drüber, hat er gute Karten, bleibt er aber zum Dienstag unterhalb dieser Tageskerze, unterhalb einer 7,10,700, stochert hier auch weitere Tiefs rein, ohne dass er direkt wie ein Beklopter nach oben zieht, ja, ähm, sollte man der roten Tageskerze doch durchaus etwas Respekt zollen, ja, denn die kann als Wasserstein hier die Lawine durchaus ins Rollen bringen, ja, das ist, das ist das, was wir gestern gesagt haben, das, das hat er jetzt hier gemacht, mir gefällt es unbegottet in der Struktur überhaupt nicht, aber es ist eine rote Tageskerze und deswegen würde ich unterhalb dieser roten Tageskerze, nämlich durchaus eher auf der Unterseite orientiert, sollte natürlich der direkt da auf das neue Tief mit fetten grünen Kerzen kennen, dann würde ich da auch nicht an dem Long festhalten, würde das dann vielleicht auch erstmal wieder zurückstellen, aber von der Tendenz herein, von der Tendenz her, könnte er unter der 700 durchaus wieder nach unten durchbordeln und dabei zumindestens erstmal wieder auf die 200-Tage-Linie zurückkommen und liegt ja immerhin schon mal bei 4,94 oder sagen wir mal auf 580, das ist ein schöner Support-Bereich und wenn er das macht, hier auf die 200-Tage-Linie zurückzufallen, ja, kommt er dann um die Gaps hier noch drumrum wahrscheinlich auch nicht, ja, und deswegen würde ich schon denken, wenn der hier jetzt weiter strauchelt und das eben nicht nur in der ABC warten, das würden wir wahrscheinlich früh gleich merken, ja, also entweder drückt sich da über 730, 67 wieder drüber oder eben nicht, ja, oder er schwurbelt und so und dann 700 runter, ja, und dann guckt man sich die Tiefs ganz genau an, wie reagieren die Tiefs, werden die hochgekauft, bleiben die eher flach liegen, bleiben die eher flach liegen, wird es dann sogar fast eher die Fokus nach unten Richtung 200-Tage-Linie setzen und das erstmal als erstes Ziel anpeilen, macht er das natürlich zum Dienstag, müssen wir uns am Mittwoch dann darauf einstellen, dass nicht nur die Gaps geklost werden, sondern der auch den ganzen Tag nochmal tiefer schießen kann, ja, also von daher, bisschen Respekt an die Situation, untergeordnet aber trotzdem aufmerksam sein, weil wie Sie sehen haben, im Stundenchart passt das nicht so richtig, sieht einfach nicht nach Umkehr aus, ja, sieht nur im Tagesschart so aus, ist aber auch eine recht kleine Tageskerze geworden, ja, aber das muss nicht heißen, es kann aus Tagesebene-Sicht analytisch betrachtet durchaus nach unten richtig zwirbeln dann, ja, und deswegen treten wir es einfach so ab, unter 700, 710, gucken wir uns die Tipps genauer an, zeigt, dass es schwach, macht dort nur irgendwelche flache Erholung und dreht dann wieder dynamisch nach unten, darf er geshortet werden, ja, bleibt er über der 710 und drückt sich über 37, über 760, würde ich ihn schon gerne sehen wollen, dann darf er auch nochmal lang rein in die 830 erneut und dann bestimmt auch schon in die 29 gehandelt werden, 29, 59, das ist die zweite Station, okay, ich mache damit die Analyse zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann werden wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.